ja hallo freunde es ist wieder soweit kassel trader zeit ja es hat ein paar tage länger gedauert ich muss meine stimme zurück erobern vom webinar am montag an dieser stelle noch mal herzlichen dank an alle die dabei waren es war ja doch gut was los aber es hat spaß gemacht ja jetzt komme ich endlich wieder zum zu einem neuen video gehörnerstellung ist auch wieder überstanden jetzt kann es wieder losgehen ja was machen wir heute die short put liebs ja momentan 100 prozent trefferquote im backtest zwei jahre zurück natürlich nicht für immer ein bisschen reiserisch aber gut momentan ist es halt so nicht nur auf den sp y möglich ja und einfach denken so einfach kann sein strategy made simple ich wurde gefragt ja hier mensch und machst du denn das jeden monat jeden monat jeden montag den sp y trade den 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 liebner den 365er ist ja egal ob das 365 tage sind der funktioniert mit 330 tagen und er funktioniert natürlich auch noch auf dem triple q also auf dem nester gtf es funktioniert auf dem ibm es funktioniert auf nahezu alles und so einfach kann geld verdienen halt sein wenn ich meine regeln einhalte ja da gehen wir heute mal kurz darauf ein wir machen mal nicht so ein langes video ich hoffe mal dass ich hier in zehn minuten 15 minuten haha durch bin ja unten muss ich jetzt nichts weiter zu sagen es ist keine werbung mehr drin für strangle webinar it's over wir machen im herbst mache ich noch mal eins und vielleicht noch mit ein paar updates in dem hier waren jetzt auch noch mal ein zwei update folien drin ansonsten können wir das auch einzeln über zoom machen oder die geschichte ihr könnt es als video von 130 euro günstig erwerben natürlich günstig käuflich erwerben habe ich jetzt keine extra promo jetzt hierhin gemacht trade scanner wie muss ich nichts mehr zu sagen auf 4w muss ich eh nichts zu sagen zu suchen muss ich auch nichts mehr sagen und wenn dann ist alles unten drin in der video beschreibung und ammo muss ich sowieso überhaupt gar nichts mehr zu sagen so das war die werbung jetzt fangen wir an also die liebs short put liebs stillhalter geschäfte so bisher haben wir ja meistens hier den short put 365 habe ich den mal genannt auf den sp y für alle die noch nicht kennen hier ein short put delta 12 365 dte jetzt müsste ein bisschen beachten ihr müsst wenn man backtestet dann muss man das natürlich auch irgendwie für sich so machen oder anpassen dass es am ende ins money management auch ein passt das machen viele auch nicht sehe ich immer die ballern hier irgendwas rein das sieht so schön aus und ja aber kannst du das denn überhaupt handeln auf deinen kunden das war die riesengroße frage noch also ihr kennt den alle habe ich ja mal ein video vor keine ahnung ein paar monaten gemacht hier 30 prozent take profit 200 prozent stop loss 365 tage wenn ihr eine kleinere prämie braucht oder wollt wegen weil mal zwei ist ja dann der stop da machte 330 tage 320 299 oder wie ihr wollt oder es muss natürlich auch die laufzeit verfügbar sein ja ich habe mal hier getestet auf ein 150 tausender konto getestet auf rund ein prozent risk of money management habe ja die zwei letzten jahre genommen ihr seht das ja 8. juni weil letzte woche heute ist der zwölfte in einer stunde kommt oder oder ja noch ein bisschen kommt der ball mit seiner fettrede ne zinden was da mal schauen was heute passiert und da halte ich jetzt die füße still ich wollte eigentlich heute noch ein trade-off machen aber es knallt ja eh schon wieder hoch nach der inflation heute ja 19.230 dollar gewinn jetzt in dem test wie gesagt den kann ich hin und her rechnen das muss natürlich ein bisschen seriös gemacht werden alles durchschnittliche laufzeit 46,8 tage von 365 tagen laufzeit um 30 prozent zu erwirtschaften 150.000 dollar ist ja es ist hier getestet worden so dass du am ende ein prozent verlieren darfst so jetzt gehen wir aber weiter weil den kennt da ja schon haben wir ein eigenes video so wer keine nackten putz handeln möchte kann den trade aber auch als bull da haben wir ja hier geschrieben das haben wir mal klein schreiben kann den trade als bull putz spread handeln können wir 100.000 abwandlungen machen ich habe jetzt mal genommen vier zehnte 8 juni 10 juni 22 wieder bis 8 juni 24 also zwei jahre delta 12 hat man sagt man eben hat man auch delta 12 50 punkte abstand ne sind ja 50 mal 100 sind 5000 maximales risiko abzüglich der prämie so getestet wieder auf ein prozent risk of money management also ein ich habe es jetzt mal hingeschrieben einnahme credit grob 305 das sind mal 410 es sind mal 320 es sind mal 347 irgendwo grob bei 350 kommen wir auch raus ich habe es jetzt nicht in excel auf jeden cent und heller und fennig gemacht 200 prozent nur mal dass ihr wisst für die die das jetzt ein bisschen neuer dabei sind dass ihr wisst wie ihr das berechnen müsst also ihr kriegt ungefähr 350 für so einen für so einen trade jetzt hier weil es ist ja noch ein long dabei ihr kattet natürlich euch ein bisschen die einnahmen weil der kostet ja geld die long und der long put so 350 kriegt ihr 200 prozent habt ihr stopp hier oben steht dann habt ihr am ende netto verloren 700 so jetzt hättet sich ja auf ein prozent risk of money management ich teste nicht nur darauf ich teste 100.000 sachen durch am ende mache ich das also offen 70k konto und dann kommt das raus so dann weiß ich ja schon okay wenn ich ein prozent verlieren will mit der konstellation das kann man ja anders machen könnten ja auch delta 10 nehmen und 50 punkte oder 40 punkte spread geht die prämie kleiner dann kannst du das auf ein 60er konto nehmen man muss aber auch mal irgendwie seriöse seriöse konto größe da hinschreiben am ende prägt mir nichts wenn ich jetzt hier irgendwie 20.000 hinschreibe dann kriege ich nämlich hier vorne eine riesengroße verzinsung passt aber am ende im live betrieb hinten und vorne zusammen ja also auf 70.000 ein prozent risiko sind 700 verlust weil ich im langen durchschnitt prima daumen das ist jetzt nicht komplett hier auf den letzten cent wie gesagt austariert bei 350 einnahme sondern habe ich eine verzinsung von 6 prozent mit einer kleinen strategie wir haben in ordnung wir können income strangle machen wir können ein broken wing butterfly mit black swan hedge hinten dran machen wir können in trend spreads handeln machen wir alles in den zoom calls wir es wissen wir können den zth zero dti handeln der gerade heute wieder am gestern am 11.06 wieder neues allzeit hoch gemacht hat weil es ja mal ist ach blödes zero dti funktioniert nicht ja konto das ist nochmal so ein anderes thema der zeit ja das ding läuft halt nach den können wir machen da machen wir hier den lieb dann machen wir cot future option und so weiter und am ende haben wir unsere prozent dann haben wir noch den ganzen krempel auf dem man handelt noch meine t-bills rein haben wir noch mal viereinhalb vier vier sechs vier sieben prozent noch wahrscheinlich nicht mehr lange gemacht dann müssen wir uns etwas anderes einfallen lassen wo wir das geld parken finden wir auch noch was vielleicht den t-notes müssen wir jetzt schon anfangen ja und dann seht ihr schon 8.456 in den letzten zwei jahren so das können wir ja auch wieder hoch skalieren da können wir ja wie gesagt wir können ja hier enger rangehen dass wir sagen kleiner und spread gut ich persönlich gucke da noch ein bisschen wohler hoch wohler tief das kennt er ja schon bei mir wir können es aber auch als als fix income machen machen mit 30 prozent dann kriegt wir vielleicht statt 350 270 und dann verlieren wir 540 okay sind 54.000 konto wenn ich wenn ich um die 100 110 habe dann mache ich zwei kontrakte oder ich mache einfach zweimal die woche weil hier ist einstieg jeder montag ist bei dem hier auch immer montags so dann seht ihr da die spreads sind hier in dem fall schneller alles andere ist gleich 36,7 tage zu 46,8 tagen ist dann auch noch mal so ein ding mit 10 tage 10 tage schneller so was können wir noch machen wir können noch machen das ganze auf beispielsweise triple q q q q zungenbrecher etf also der etf auf den nestek 100 handeln wenn ihr den nestek mit dem handeln aufnehmen wollt ne so da könnt ihr zum beispiel machen wir haben den naked hier 19.000 mit delta 12 dann seht ihr es schon delta 5 also deep out of the money 9100 also auch eine nette sache ne drawdown klein verzünsung auch so um 6 6,5 prozent da bewegt sich es meistens mi ratio ist top 42 days in trade wieder auf den 70k konto ich habe schon wieder hingeschrieben hier da könnt ihr davon ausgehen dass es ungefähr so 350 prämie gibt wie man da um wie gesagt mal 445 dollar dann gibt es mal wieder nur 270 aber ich habe einen groben schnitt genommen muss ja irgendwie wenigstens einigermaßen am ende passen dass ich nicht kompletten humbug hier euch zeige ja könnt ihr also auch machen schön delta 5 weit weg der ein oder andere sagt ki und open ai und keine ahnung wie es alle heißt könnte man sich vielleicht auch andienen lassen oder das risiko eingehen aber ich wollte sowieso nestek oder etf nestek long gehen irgendwann da komme ich schon ordentlich weit weg mit dem delta 5 momentan klar obwohl er ist tief jetzt ist er ja noch tiefer da wächst der fällt schon wieder um vier prozent mal gucken was nachher passiert wenn paulchen da war aber dann können wir die nummer auf den etf machen wir können natürlich hier hochgehen erhöht natürlich das risiko wir können ja hier in delta 10 draus machen funktioniert alles na ist der data überhaupt gar nicht beschränkt so was können wir noch machen wir können den qqq ebenfalls auch als leap bull put spread mit beispielsweise ebenfalls wieder 50 punkte heimlich da 10.332 kommen daraus immer alle tests 24 monate zurück habe ich letzte woche gemacht deswegen achter holster zwölfte kanal war eine achte freitag oder was samstag habe ich glaube hier gesessen habe ich jetzt hier mal jeden mond jeden mittwoch gemacht eben hatte ich mal jeden montag so achtung der qqq benötigt zehn tage länger als der spy bull put spread zum take profit 46 10.332 dollar macht 7,2 prozent ca gr habe ich wieder mit dem 70k konto getestet 46 dte kann man alles machen wie weit sind wir dann zehn minuten heute wird heute geht schneller so was können wir dann noch machen jetzt haben wir einen breiten markt jetzt haben wir jetzt haben wir die technologie sektoren jetzt könnten wir ja eigentlich auch noch sagen wir diversifizieren statt jede woche montag ein spy machen wir montag ist ein spider nächste woche montag oder dienstag oder mittwoch macht man qqq da machen wir woche drei was können wir noch machen wir könnten russell 2000 das ist ja mein lieblings index können wir auch noch machen auf dem ibm hier anderlein ibm machen wir jetzt mal ein delta 14 365 52 tage im trade 11.467 dollar kommen daraus 7 prozent verzinsung fünfeinhalb prozent trotter der russell der ist ein bisschen der macht halt auch mal eine bewegung hat eine höhere grundvolatilität wegen nebenwerte und so weiter versus breiten markt im s&p bringt halt auch ein paar taler mehr macht sich hier auch schon gleich bemerkbar natürlich können wir auch sagen oh nö habe ich auf ein 80k konto berechnet kriegst du also schon ganz ganz gut hier auch wieder geld noch verlierst du bei 200 prozent 800 dollar ist dann ein prozent kriegst du also in der regel 400 dollar credit pima daumen nagelt mich jetzt nicht fett das sind aber 490 und das sind einmal nur 340 im ganz groben durchschnitt habe mir einfach mal die credits durchgeguckt und ja komm her ist ungefähr 400 ob da jetzt hier 90 80 oder 75.000 steht und hier in delta 14 13 das ding hier vorne ist trotzdem profitabel es geht ja darum think easy wir brauchen ja nicht keine ultimativ komplexen strategien um einfach nur auf deutschland die dämliche kohle aus markt zu ziehen es ist einfacher kann es ist einfach nur einfach ich weiß also mittlerweile weiß ich fast gar nicht mehr wie was man machen muss damit man kein geld mehr verdient mit optionen in klammern bitte hedging beachten natürlich kann ich hier mein geld verlieren wenn es morgen einen richtigen crash gibt fliege hier überall raus vielleicht auch mit richtig slippage das hat man montag ja auch im webinar mit dem mit dem mit dem mit den ganzen verschiedenen income strangles oder was heißt verschiedene mit flex waren variante 90 dte und so weiter 30 dte und was wir alle hatten dann brauchen muss man natürlich auch bei sowas immer mal ein hedges noch stichwort teenies stichwort wix call letter stichwort back ratio spreads 100.000 varianten man man debit spread man short put auf dem wix wenn es vielleicht knackig wird unterwegs sowieso wo stehen wir jetzt hier 12,3 wenn er heute runter gehen sollte auch ich 10 10 short puts auf dem wix raus wenn es weiter runter geht geht das ding hoch ihr müsst immer von allen richtungen und dann habt ihr auch nicht so das riesenproblem dass es halt ich habe hier irgendwie keine ahnung 300 dollar prämie oder 400 dollar und ich habe 16.000 dollar margin ja ihr müsst ein bisschen in alle richtungen arbeiten bei den trades oder bei euren strategien damit der der broker also in den meisten fällen wahrscheinlich in seiner haus margin portfolio margin das positiv berücksichtigt hier seht ihr schon 52 tage dauert der trade dauert hier ein bisschen länger so jetzt hier unten 50 punkte wieder bull put spread bei locker 10 cav bei ib den habe ich auch noch ein bisschen reingeschoben den schieben jetzt einfach mal hier drüber so was haben wir jetzt hier wieder delta 14 hat mir hier auch delta 14 365 dd alles gleich hier und auch ein bisschen muss zweimal profit target anlaufen laufen Prozent er geht bei 200 prozent raus Prozent und so weiter hier ist lippet haben wir mit drin 18 cent und so weiter und so fort warum 18 ja gut da habe ich vom spx übernommen habe ich nur nein nein es gibt schon ungefähr 17 18 cent die ganzen letzten monate wenn ich per market also bei stop quasi raus gehen aus dem verkauften aus dem verkauften aus dem verkauften so delta 14 und 50 punkte wieder abstand bringt 7822 immer hin und zurück ne 5,8 prozent verzinsung 6 prozent worden ihr seht das ist alles so in einer groben liga das ändert sich natürlich auch jetzt ins 24 monate ich kann es jetzt auch ein jahr ändern da kann sein dass eine besser ist andere schlechter ich kann es auf zehn jahre zurück machen und so weiter und so fort ne bub bub alles 100 prozent torern wäre aber maximal sechs prozent ähm was wollte ich denn sagen zehnot crv 65k konto das heißt wir verlieren hier ähm äh 650 dollar durch zwei das ist dann die prämie das sind 325 irgendwas habe ich dann da Pi mal Daumen, kann man also auch schon wieder mit so einem kleineren Konto schon wieder einigermaßen, das kleines Konto ist natürlich auch ein Haufen Kohle, aber wie gesagt, dann geht der hier auf Delta 12 runter und dann lasst er 50 oder Delta 12 und vielleicht mal 40, einfach mal gucken, ob die Prämie, wenn ihr ein 50er Konto habt, macht er die Prämie so, dass das hier 250 Credit rauskommt. Und in dem Fall ist die Prämie zur geblockten Margin, das sind ja hier, was hat man denn jetzt hier gesagt, 650, 325 ungefähr ist Credit und zur Marge, also Margin, die hier geblockt wird, Portfolio Margin ist eh nochmal kleiner, wir testen hier mit Recti Margin, da bist du ungefähr bei locker, bei unter 10er CAV, also 10 mal 350 werden dann ja 3500 Margin und da kommst du wahrscheinlich noch drunter mit Portfolio Margin, willst du selber gleich mal gucken. Ja, also schönes CAV und dann habt ihr alle drei Indizes abgebildet. Dow Jones kann ich hier leider nicht mehr testen, leider gibt es Option Omega nicht wirklich viel eher an Underline, da könnt ihr dann auch so einen Krempel wie Tesla testen, das ist sinnlos für mich, also ich mache nur Indizes, da gibt es dann andere Software, da kann man alles mit testen, da werde ich auch nochmal irgendwie vielleicht zuschlagen. Ja Leute, das war erstmal das und jetzt erstmal allgemein nochmal wichtig, so, da sind wir doch schon wieder bei 17 Minuten, ich habe es ja geahnt, jetzt machen wir mal schnell, allgemein wichtig für Credit Put Leap Trades zu wissen, dass man auch noch ein bisschen Theorie drin hat, kleinere Deltas in euren Shorts bauen den Zeitwert anteilig schneller ab, Punkt. Bei Spreads kommt es dann wieder auf den Spread Abstand im Bull Put Spread an, weil der Long arbeitet ja gegen euch, also je kleiner ihr hier seid, desto schneller wird der Zeitwert anteilig abgebaut, natürlich nicht monetär, da ist der Zeitwert natürlich bei einem größeren Delta logischerweise größer, aber es geht einen Ticken schneller, da müssen wir natürlich auf den Spread Abstand noch gucken, weil es bringt mir nichts, wenn der Short, der Short Put den Zeitwert schnell abbaut, aber hinten 50 Punkte drunter ist ja noch ein Long oder 40 oder 100, der arbeitet ja die ganze Zeit gegen mich, deswegen dauert es am Ende natürlich auch wieder länger, mit einem Bull Put Spread vielleicht als bei einem nackten Put. So, längere Laufzeiten sind in sich meist stark profitabler, ich habe das einfach mal so geschrieben, als die kürzeren Laufzeiten, in Kombination mit kleineren Tech Profits und recht großen Stops. Längere Laufzeiten helfen den Trades extrem, nicht so schnell in den Stock zu laufen. Die selbe Strategie wie auf Folie 1, Short Put, Delta 12, 365 Tage, bringt mit einer Laufzeit von 14 DTE keine 900 Dollar ein. Habe ich getestet, kam keine 900 Dollar raus. Und was haben wir hier? 19.230. Ja, wie kann dann das sein? Das ist Stichwort Rated Vega, geschütztes, äh, gewichtetes Vega. Da gibt es Formeln für, heißt, wie gesagt, habe ich es schon tausendmal erwähnt, einfach nur, heißt es das, wenn ich jetzt hier zum Beispiel eine 45 Tage, der ist ja dann kein Dieb mehr, ein Short Put, den nicht hier vorne, den hier, mit 45 Tagen statt 365 Tagen aufbaue, aufsetze, dann, und der Markt schmiert jetzt ab, dann schlägt das sofort rein, das Vega. Es schlägt aber weiterhin, bei 365 Tagen interessiert die Option das nicht, nicht, aber kaum, ne, alleine schon, dann nehmt ihr euch einfach als Eselsbrücke, guckt euch die WIX-Terminstrukturkurve an, wenn es knallt, was geht denn von Contango, also, ne, diesen hier, nach oben, in Backwardation, die ersten, na, sagen wir mal, gut drei bis vier Kontrakte, die werden teurer, und da fliegen euch alle Trades um die Ohren, ne, irgendwelche Stillhalter-Geschichten. Dahin, 365 Tage, da werdet ihr das sehen, passiert überhaupt nichts, ne. Momentan ist es ein bisschen im Bereich, ich glaube, der November-Kontrakt ist stark erhöht, warum, weil da Wahlen sind, da haben die Leute natürlich jetzt Angst, ne, aber in der Regel, da hinten, äh, juckt mich überhaupt nicht, ne. Kann man auch nochmal hier, soll man mal gucken, was ich hier gebastelt habe, wie ist es denn, das geht zu, ähm, Delta 12, 365 Tage, Average Days in Trade, 46,8, so, kleineres Delta, nimmst du das doppelte Delta, alles gleich, ne, genau das gleiche, siehe da, 52,9, also sagen wir, 53 Tage, sind drei, sind sechs, schon mal eine Woche länger, ne, im Trade, nur weil es Delta erhöht wird. Sollte jetzt nur als minimales Beispiel, ähm, hier für oben, hier gelten, ne. So, Leute, das war es jetzt schon gewesen, jetzt sind wir auch schon bei zwei, bei 20 Minuten, so, das soll es jetzt auch gewesen sein, ich denke, jetzt haben wir das Lieb-Thema auch abgehakt, ich habe noch eine richtig coole Strategie, mal gucken, wann ich die mache, kann ja nicht jede Woche eine bringen, äh, die kommt, die zeige ich euch aber auch noch kostenlos, hat was mit Zero DTE zu tun, da seid ihr auch ganz weh drauf, ähm, ja, ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video, wer hier noch Hilfe braucht, ne, ab jetzt so langsam bin ich wieder verfügbar, Deutschland-Urlaub ist vorbei, wie gesagt, ist nichts geworden, dank, äh, weil ich ja mich lange gemacht habe, beim, beim Zahnarzt und Gehirnerschütter und das ganze Drama, jetzt kommt mein Sohn immer hierher, haben wir ein bisschen verlängert, äh, dann holen wir hier ein bisschen was nach, deswegen habe ich jetzt erstmal wieder Zeit, wer also möchte, ich habe heute schon zwei Termine wieder eingetragen, ne, müssen wir uns immer kurz absprechen, bitte unbedingt mir eine E-Mail schreiben hier oben, nicht über Insta und hier und da und dann muss ich da wieder antworten, nachts um 12 am besten, ja, schreibt mir bitte eine E-Mail an carsten.sippel.de, schickt mir bitte gleich eine Mail dahin, dann können wir alles machen, die Strategien, die ich handele, wie mache ich was, wie, 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 wie strukturiere ich meine Trades, ne, wann gehe ich rein, wann gehe ich nicht rein, worauf achte ich, äh, Money Management, das ganze Kram und alles auf easy getrimmt, ne, natürlich kann es euch auch komplex, äh, erklären, wir können auch irgendwelche super, äh, sonst was für Butterflies machen und 1, 1, 2 mit Black Swan Varianten über 10 verschiedene Laufzeiten, äh, wer es unbedingt braucht und meint, es geht nur damit, ne, ich finde, das Made Easy ist nach wie vor das Beste, das Simpelste funktioniert, es ist ja nicht alles immer ganz simpel, man muss es halt nur einmal kapiert haben und dann ist es aber simpel, meldet euch, ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video, schönen Abend und ein bisschen wärmer nach Deutschland, bis bald, ciao, ciao. Tschüss. 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 Vielen Dank.